Es sind nicht nur Sach- und Zeitspenden, die jetzt dringendst gebraucht werden, sondern selbstverständlich auch Geld. Und wir Österreicher und Österreicherinnen sind bekanntermaßen Spendenweltmeister, immer wenn es Krisen gibt. Unüberschaubar viele Organisationen nehmen unser Geld sehr gerne, doch scheint Skepsis angebracht. Kommt es wirklich dort an, wo es dringend benötigt wird? Oder geht es manchmal dubiose Wege, wie wir leider immer wieder berichten müssen? Zu dem Thema begrüße ich Klaus Hübner als Präsident der Kammer für Wirtschaftstreuhänder. Das ist jene Institution, die das sogenannte Spendengütesiegel vergibt. Schönen guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind. Man sagt, dieses Spendengütesiegel birgt für höchste Qualität. Warum ist das so? Ja, jenen Spendenorganisationen, denen nach einer Prüfung der Spendengütesiegel verliehen wird, diesen Organisationen wurde bestätigt, dass die Spenden dort ankommen, wo sie auch wirklich hingehören. Und diese Organisationen haben sich auch verpflichtet, den Tätigkeitsbericht, also Rechenschaftsbericht über die Finanzen, im Internet zu veröffentlichen, sodass jeder Spender auch nachschauen kann, was ist mit meinem Geld passiert? Wir spenden dort, wo es unser Herz hinzieht. Für Tierschutz zum Beispiel, für Kinder, für Missbrauchsopfer und, 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 und. Und nichts täte mehr weh, als zu erfahren, da hat sich jemand was eingesteckt. Wie wird hier eine Organisation genau geprüft? Ja, da gibt es so recht harte Kriterien. Ich würde mal fast sagen, man wird auf Herz und Nieren geprüft. Wir haben in unserer Kammer Experten, die entwickelt haben, so Fragenkataloge. Das geht standardisiert nach zumindest 300 Fragen hier ab. Und da wird schon, also genau wird man sich erkundigen müssen bei jeder Organisation. Führt hier eine ordnungsgemäße Buchführung? Sind die Verwaltungskosten angenehm? Der Prüfer wird sagen, wenn da mehr als 20 Prozent Verwaltungskosten sind, dann schauen Sie es ein bisschen näher auch an, bis hin zur Frage, ist die Werbung hier ethisch in Ordnung? Also da wird schon intensivst geprüft. Und das Allerwichtigste, kommt das Geld dort an, wo ich möchte, dass es ankommt? Wie checkt man denn das? Naja, man muss hier plausibel nachschauen, welche Projekte hat man sich zu Ziel genommen, welchen Fertigungsgrad haben die erreicht, wie ist das Geld auch wirklich dort angekommen hier und das ganze Geld angekommen, das dafür vorgesehen wird. Und das ist Aufgabe des Prüfers. Wie viele Organisationen haben wir mittlerweile 2015 in Österreich, die das Spendengütesiegel bekommen? Ja, wir freuen uns sehr darüber, dass wir mittlerweile 252 Spendenorganisationen in Österreich haben. Ja, es ist ganz schön gewachsen in den letzten 12, 13 Jahren. Man kann ruhig sagen, es hat Verkehrsgeltung bekommen. Die Organisationen hier verwenden es auch auf ihrem Zahlschein, um damit entsprechend auch zu werben. Und die Zahl ist weiterhin leicht, aber doch steigend. Wir haben vor zwölf Jahren begonnen. Damals waren wir 30, 40 Organisationen und jetzt sind es bereits 252. So schaut das Spendengütesiegel auch aus. Und Sie erfahren auch immer wieder von Leuten, die sagen, wenn das wo drauf ist, dann weiß ich, es ist alles okay. Aber wenn es so viele Organisationen sind, die das mal bekommen haben, dann ist es ja damit nicht getan. Weil man muss ja dauernd schauen. Wie oft wird denn das geprüft? Ja, also da sind wir streng hier. Es wird jedes Jahr diese Organisation überprüft. Es gibt also keine Zeiträume, in denen nicht geprüft wird. Also jedes Jahr? Jedes Jahr kann sich hier diese Organisation, hier ist es ja eine freiwillige Prüfung, einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer aussuchen, der die entsprechende Expertise hat. Und der hat dann zu entscheiden, ist diese Organisation würdig, den Spendengütesiegel verliegen zu bekommen oder gibt es eben keinen Spendengütesiegel? Wir hoffen sehr, dass das so bleibt. Ich danke, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne, danke.